Kann man eigentlich jeden Kaffee für Kaffeevollautomaten nehmen? Ich bin der Jürgen, ich bin der Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. In einem meiner letzten Videos habe ich ja schon mal erklärt, warum dann ein Kaffee beispielsweise aus der Filterkaffeemaschine komplett anders schmeckt als beispielsweise aus dem Siebträger, obwohl es ein und derselbe Kaffee ist. Das habe ich ja erklärt. Das sind natürlich die Brühparameter, das ist der Mahlgrad, das ist der Druck und die Verweildauer des Wassers im Kaffeemehl. Ähnlich verhält sich das natürlich auch beim Thema Kaffeevollautomat. Das ist so für mich irgendwo dazwischen. Das heißt also, es ist nicht wirklich ein Espresso, was man da rauskriegt. Ich sage immer gerne so ein Espresso-ähnliches Getränk, was man aus dem Kaffeevollautomat rausbekommt. Man kriegt aber auch keinen klassischen Filterkaffee da raus. Also das ist irgendwie so ein Mischmasch. Also ein Zusammenspiel verschiedener Parameter, die letztendlich, sage ich mal, technisch bedingt von Kaffeevollautomaten ein Stück weit vorgegeben sind. Und deswegen, sage ich mal, haben wir auch eben genau diese Mischung entwickelt, die eben versuchen, mit den Gegebenheiten und den Parametern, die ein solcher Automat eben mitbringt, das beste Ergebnis eben rauszuholen. Und Spoiler vorweg, nein, man kann eben nicht jeden Kaffee in einen solchen Automaten schütten. Wenn er denn schmecken soll, immer vorausgesetzt, wenn es egal ist und ihr das alles mit Milch ertränkt, dann ist es auch egal, weil mit Milch kann man natürlich auch super viel kompensieren. Das heißt, selbst wenn das Ganze recht sauer ist, Milch neutralisiert eben auch entsprechend die Säure und es ist dann trinkbar. Wenn man da ein bisschen mehr Anspruch hat an einen guten Kaffee, sollte man eben schon so ein bisschen darauf achten, was nimmt man da. Natürlich haben wir unsere Kaffees, die wir dann dafür immer empfehlen. Das heißt also, angefangen vom klassischen Espresso, das ist hier bei uns dieser Steampunk, der wirklich eine Kräftigkeit, so eine schöne italienische Espresso eben machen kann und auch tatsächlich dann auch im Automat ein recht gutes Ergebnis erzeugt, wenn es nun das Thema Espresso und oder eben auch Milchgetränke wie Cappuccino oder Latte Macchiato geht, weil er einfach noch genügend Körper mitbringt, um auch durch die Milch zu trinken. Das wäre so die eine Geschichte. Da haben wir so eine eierlegende Wollmilchsau, das ist so unser Samba-Party. Der ist so ein Hybrid zwischen Espresso und Kaffeecreme. Da muss der Automat sich auch schon sehr anstrengen, dass er halt nicht schmeckt. Der funktioniert ja eben auch recht gut. Oder man wirklich einen ganz klassischen Kaffeecreme, den wir dafür gemacht haben. Das ist der Monte Cristo. Das ist eine reine Arabica-Mischung, die wir da haben. Auch ein schöner, sanfter Kaffee, der ich jetzt nicht unbedingt nehmen würde, wenn ich jetzt Latte Macchiato mache, weil er dann einfach zu mild ist letztendlich. Also es ist ja auch so, dass Automaten häufig eben ein Temperaturproblem haben und somit auch erwünschte Inhaltsstoffe nicht ganz so ausgespült werden, wie man es eben erwarten würde. Malgradverstellung ist auch nicht immer so ganz einfach. Also ich würde sowieso grundsätzlich mal schauen, kann ich die Temperatur hochdrehen beim Automat? Wenn ja, machen, kann ich den Malgrad feiner stellen. Auf jeden Fall probieren. Das, was ich nicht machen würde, ich würde nicht groß mit der Kaffeemenge experimentieren, weil die Dinge dann einfach unendlich viel Kaffee verbrauchen. Ist zwar gut für mich als Kaffeeröster, aber letztendlich viel Kaffeemehl hilft auch nicht viel. Also da wird das auch nicht im Ergebnis besser. Sondern man muss dann schon auch ein bisschen was mit den Kräftigkeiten der Kaffees mal ausprobieren. Und dann schaut einfach mal in unserem Shop, da haben wir eben letztendlich auch die Rubrik Kaffeevollautomat, da haben wir dann die Sorten getestet, die wir dafür empfehlen würden. Ihr könnt aber auch gerne mal woanders schauen und da guckt einfach mal, dass ihr da irgendwo eine Mischung nehmt, die grundsätzlich erstmal eine Kräftigkeit versprechen und die ihr dann einfach mal austesten und ausprobieren.